Was ist die Möglichkeit, die Mütter für die Mütter für die Mütter für die Mütter für die Mütter? Was ist die Mütter für 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 die fördern, damit sie für ihre Geburt selbstbestimmt Entscheidungen treffen können. Unser Ziel ist es, sie so zu betreuen, dass sie jedes Jahr gerne an das Ereignis der Geburt zurückdenken. Wir verstehen unter guter Geburtshilfe das Unterstützen der natürlichen Geburtsarbeit und nur zum Schutze und Wohle von Mutter und Kind in diesen Prozess einzugreifen. Jedes Kind ist anders. Und jede Familie wird anders. Und wir möchten allen Familien ihre eigene Zeit geben. Bei uns im Leben gut anzukommen. Wir Ärztinnen und Ärzte begleiten Sie 24 Stunden an sieben Tage die Woche bei der Geburt. Mit bestem Wissen, mit Erfahrung, mit Respekt vorm Leben und mit Freude am Beruf. Sind aktuell nur vor Ort die Geburt. 1 V Daniel 1 V Daniel Wir� �iner 1 V Daniel 4 V Daniel